na wie geht's doppelt drücken noch money und du kannst zwei netze machen ja kann ich wenn du es so schnell machst gehen hinter die aller arschweg siehst du kannst ja so ganze level durchmachen könnte ich ja könnte ich ich hab gar nicht nach oben gedrückt macht er aber kannst auch machen so wie die dinge kannst auch nach unten schießen ich hab sie getroffen ich soll in deinem verderben rennen mit der spinne hä du willst noch verderben in rennen mit deiner spinne da wieso spinne finde die münze der weg hätte auch länger sein können ganz ehrlich meine ich ja es ist ja ich glaube das war eben voll knapp ich bin der centus 18 lebt es mehr als ich nicht mehr bei den schaden ganz durch und durch durch und durch den schaden wie kommst du denn da drauf kommst du denn da drauf ich habe auch zu wenig minsten hier kannst du haben kämpft da mit dem hinten der hat sogar beide ja bei der keule ist das kein wunder bei der keule ich hätte gerne aber den schicken bei der keule jetzt ui centus hähnchenkeulen oh hähnchenkeulen das war knapp eben ok du cheatest du hast ein hack an du hast ja nicht klatscht alles um egal wie du mich auch leck 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 boah irgendwie das geiler leck ich kann man nicht mal dazu pause zu machen hast du aber pause oder hast du abgestürzt ne pause wow spring versuch rüber zu gehen das liegt da irgendwie da versuch rüber zu springen mach grad gar nichts nein spring rüber wenn das immer so leckt gut ouch jetzt habe ich sie wieder oh centus ich blüche mich ganz wirklich nicht nicht oh und das ist die strafe dafür die zuschauer möchten diese klänge aufhören und nicht ja ich mag das aber dass sie runter nimmst als klingelton was weiß ich oder liegt das an der stelle hier war fast ganz runter gefallen ja wir haben zeit ja hat ich davor was ist eigentlich nicht habe ich aber soll ich schon mal eine pizza bestellen nachher haben die uhrzeit noch klar bis 23 uhr aber nicht bei mir dafür kann ich ja nichts ist ja nicht mein problem ich bin sie wieder haben wie viele stockwerke kannst du fallen wie viele stockwerke fällst du noch nein naja wieso ist das da schade komm ich nicht ran du brauchst ne dixi ja dixi oder beide ja flash ist klar dumme drecksau es ist nur einfach was soll das ich frage mich jetzt ist denn das a zu dumm schafft er es diesen springkopf nicht zu drücken oder hätten sie doch überall mehrere fest einbauen sollen mann was soll das ich glaube man hätte bei dir so magisch das netz einbauen sollen na aber du mal still flash ich habe dieses geschafft in die ebene locker flockig dafür habe ich jetzt das o bekommen das ist jetzt der siebte versuch ok nummer 8 sind jetzt gut dabei aber alle guten dinge sind ja 10 sagt man ja so ne 10 ist so ne gute zahl warte ich wollte es einfach nur kriegen kann auch sein mhm du wolltest es nicht kriegen ne weißt du du wolltest es eigentlich weiter nein wollte ich gar nicht ich hoffe zu lügen ja 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 ah ich bin eine eine pappagei eine pappagei eine pappagei an den geier ist er oh das war kinder bien ich bin ein fass ich bin eine biene warum das hat man auch schon gemerkt das ist das Gefühl dass er noch nicht so bereit war zum schießen achso nein warum mache ich das hm weiß ich auch nicht aber ich mache nochmal das level 2 minuten haben wir noch ja das kriege ich hin ich habe ja schon die hälfte weiße nicht dim 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 ach ich bin ja auch in diesem level dim 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 ne du bist weiter woanders ich drücke ich drücke genau schon vorher ne und ich lande da drinnen ja ja hätte ich auch gesagt ich drücke schon das dann nach links ich glaube es nicht ich mache dann auch nochmal kurz ja dann kurz kenne ich ja 10 mal das fast runter gefallen 20 mal das fast runter gefallen hm 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 ah dann sage ich ja diese stelle ist es ja ja dem 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 tschüss dem 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 was mache ich da eigentlich sterben hä für den guten zweck sterben für den guten zweck ach dass du dran bist hm jetzt habe ich das schon wieder gemacht hast du das gesehen ja hm still warum tauscht denn ich eigentlich dixi am ende schöne schelle ach fuck sag mich nicht warum ich das nicht mache Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal bei Donkey Kong Country 2 Divis Conquest Mit Flash, Ciao, Ciao, Mit Centos, Tschüss